Der Denali ist ein schlank geschnittener Trekkingrucksack mit voller Ausstattung. Er ist mit dem X-Transition Tragesystem ausgestattet und bietet eine optimale Lastenverteilung. Der Denali Women wurde von Frauen für Frauen entwickelt. Die Schulter und die Hüftgurte sind an die Anatomie und an die Bewegung der Frau angepasst. Der Zweikammerrucksack hat einen Frontzugriff für schnellen Zugang zum Hauptfach. Der Zwischenboden ist abtrennbar. Wer eine Trekkingtour durch Norwegen machen möchte und viel Gewicht dabei hat, das heißt Zelt, Schlafsack und viel Proviant, für den ist der Denali der perfekte Begleitung.